Hey Gamer, ich bin's wieder, der Ruhrpuls-Man. Wir spielen heute Missing Children. Oder wie Steam sagt, Malte der Tief besitzt jetzt Missing Children. Malte der Tief besitzt jetzt fehlende Kinder. So kann man das nicht sagen. Das ist kein Deutsch. Egal, let's go. It's a new life. Hallo, Mama? Teflon. Oh, da war gute Grafik. Hallo? Zato, it's been a while. Oh hey, long time. Ja, ma, that was it. Yeah, that's my name. I had to be a bully detective. I can understand the decision, especially after that incident. I feel for you. I believe you can help us out this time. Because of what you've been through. I've explained the details in person. Ich bin der Bully-Detektiv. Es ist wieder diese geile Grafik. Aber diesmal ohne VHS-Kassetten-Effekt. Ich bin ein bisschen traurig. Sieht so schön aus auf einmal. Hallo, ich bin Zermail. Thanks for coming, Zato. To put it simply, three junior high school students went missing. We're suspecting that it's not the case of kidnapping. One of the kids' parents overheard the conversation of meeting up on the day they went missing. Funashi should be able to help you out. He can be quite a bad mouth. But don't be too harsh on him. He should be taking a break at the back there. Nein, der fügt ne Kitti-Katze. Hallo, wie süß bist du denn? Alter, ich will dich schmusen. So, weiter geht's jetzt hier mit der Arbeit. Du hast ein ziemlich zweidimensionales Gesicht, mein Freund. Okay. Oh, das bin ich. Not really a detective. I mostly just help out struggling kids in schools. If you're really willing to help us out, that is. Alter, du bist so ein richtiger kleiner Fotzenhobel, alter. Jesus. So, also, wir sollen der Polizei helfen. Ich bin eine Frau und ja, helfe eigentlich nur Kindern in der Schule. Wer ist das, alter? Da vorne macht einer einen Fortnite-Dance. Das mag ich gar nicht, alter. Ja, das ist gruselig. Hör auf. This windmill-tour is real, no matter how I swing it, it never turns. This isn't for so fun. Hör auf, alter. Geh rein. Guck Dragonball. Du gruseliges Scheiße-Kind, alter. Oh mein Gott, Jesus. Spawn doch nicht in meinem Gesicht. Who are you? What do you want from me? If you're here for Mizuki, she's not here, so there's no point of coming inside. Mizuki's gone and I can be bothered right now. Can you please go away? You're not even the police. Who do you think you are? Alter, sie ist weg. Okay. Ja, sie redet nicht mit mir, wenn die Polizei nicht mit dabei ist. Fein. I understand. Don't blame me if anything happens. Ja, was willst du denn jetzt, alter? You again? Oh, looks like you brought an actual laughing this time. Still, there's no way I'd let you in. Okay, too bad. We can't help it. For the time being, let's go to Akikos. Du weißt hier überhaupt nicht, was ich für ein kranker Detective bin. Ich lass mich doch nicht von so einer Schreckschraube abschrecken. Nee, nee, nee. Da guck ich erstmal in den Garten. Hausfriedensbruch ist mein zweiter Vorname. Oh, die haben einen Hund. Hoffentlich beißt der mich nicht. Nee, ich glaub, Bello beißt niemanden mehr. He's still breathing. Der atmet noch. Der hat die Augen offen und liegt am Boden. Ich glaube, die Frau kommt gleich mit einer Schrotflitte raus und er schießt mich einfach. Einfach mal einmal straight up über den Haufen. Okay, dann fahren wir halt weg. Okay, Akiko wohnt also mitten im fucking Bambuswald. Okay. Und warum bist du so glücklich darüber? Bitte hör auf. So, Kinder fehlen, Alter. Ich steh da rum. Hier wohnt die Akiko, ja? Was ist das hier? It wants me to offer something. Okay, dann kann ich den Polizisten wieder drauf schmeißen und sagen, hör auf zu grinsen, oh Arschloch. Niemand ist da. Ja, wo war hinten oben, ne? Oh, Jesus, Alter. Da ist wieder die Kacke, Oma. Na, wie bist du? Don't scare me like that. I thought I was gonna strain my back. What are you looking for? Tut mir leid. Mein Name ist Sato, ja? Und ich hab gehört, dass Akiko einmal weg ist und ich will jetzt einmal ein bisschen Beweise sammeln, okay? Kann ich vielleicht einfach mal im Haus ein bisschen rumgucken? Ist Akiko okay? She was acting very strange lady. Oh, I'm anxious now. Please find Akiko, I believe in you. And of course, of course. Take a look inside the house as much as you'd like. Gut, Alter, ich klau dir dein Toastbrot, alte Frau. Und so wie du aussiehst. Dat machst du nicht mehr lange durch, Alter. So, Eingangsbereich, würde ich sagen, ist eine 3-. Ein bisschen, um zu Karton, so Schuhe ausziehen muss man hier nicht, denn es gibt nur zwei Müllsäcke. Philipp ist wieder mit im Spiel. Ein Traum. Alter, du Oma frisst auf jeden Fall Cup-Noodle-Deluxe, Bruder. Jetzt muss ich mit der Oma reden. Es ist ja relativ linear, was hier passiert. Oh mein Gott, warum bist du hier, Slenderman? Also, die weiß auch nicht, wo der Schlüssel ist, ja? I think I saw something that looks like a key around here. I can't quite remember where, though. Around here? So, jetzt hier die Scheiße absuchen. Ordentlich convenient, dass dieser Schlüssel da einfach dann hinterm Schuppen lag, aber dann gehen wir nochmal rein. Servus, Günther. Du, der Kollege Stehner war da. Er gibt mir einfach so emotional support und ich brauch den auch. Also, wenn ihr das bis hier gesehen habt. Leid mal ein Like da. So, den Schlüssel. Und hier ist der Schlüssel für den... There are terrible graffiti on the back. Oh nein. Okay, alles klar. Ich gehe hier raus, Alter. Dann gehe ich mal kurz ans Telefon. Hallo? Darf ich mal wissen, wer hier anruft, Alter? Also, irgendeine Stimme singt. Okay. Oh mein fucking Gott, wer bist denn du? Oh. Didn't see you there. Was ist denn falsch mit dir? Weißt du, wo deine Mutter und dein Vater sind? Nein. Hä? Nein, I'm not. Wann kommt ihr denn wieder nach Hause? Was ist das in deiner Hand, Alter? The dog. Hunde-Futter, Alter. Warum hast du Hunde-Futter dabei? Hey, komm doch mal runter. Vielleicht will sie nicht mehr mit mir reden. Aber ich glaube, sie ist einfach ein bisschen dusselig. Sie sieht lifeless aus. Sie ist also einfach ein Geist. Perfekt. Sympathisch. Ist das Tee oder ist das ein Glücksanhänger? Talisman. Omi, ich habe hier was gefunden. Wo ist die Oma hin? Ist Oma gestolpert und so schnell zur Asche verfallen, Alter? Kommissar Grinsebacke. Ich würde mal gerne zu Mizuki. Weil Mizuki hat doch bestimmt jetzt... Die Mutti hat doch bestimmt jetzt Bock. Oh Gott. Wo hast du das gefunden? Das ist Mizukis precious charm. Ich finde es von Mizuki. Wir dürfen rein. Perfekt. Du siehst aus wie eine Fleischwurst. Okay, wir brauchen ein Passwort. Mizuki hatte also einen Boyfriend. Die sehen sehr glücklich aus. Aber ist hier auch dieses Radiograd? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Wo kommt es her? Ach, da. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Please break up with me. I regret dating Seichiro-kun. It's embarrassing to tell everyone Seichiro-kun doesn't have the money or the brain. You can't do sports, right? I don't need you in my life. My mom says she should break up with you. Oh mein Gott, why are you in my room? Ja, warum? Warum? When did I tell you you can go in my room? Whatever. Come to think of it. Mizuki's been meeting up with her friends recently. I think the last time she went out was with Kanae's house. Why don't you go there instead? Dann lass uns doch mal nach Kanae's house cruisen und schauen, was die gute Dame so drauf hat. Du bist das gruseligste in dem ganzen Spiel. Warum hast du so lange Arme, Alter? Oh mein Gott, never mind. Ich nehm's zurück. Wer bist du? Assassin's Creed, aber eine ganz, ganz billige Wish-Version. How's it going? I'm just pulling weeds. This place looks like a mess. I agree, but this isn't even my place. Dann, wer bist du dann? I'm just a random guy hired by the guy who lives here. I keep getting complaints now. I work too slow, they say. Warum machst du's denn einfach nicht? They pay me well. Wie viel? 100 Yen an hour. Das ist nicht gut, Alter. Well, anyway, I want to get my job done fast. I have something for you. If you bring me something that can make my life easier. No one's home. Irgendwann nudelt hier ein bisschen auf seinem Pia-Ko. Oh mein Gott, wer bist du? Warum bist du? Oh, du hast auch so lange Arme, Alter. Du siehst ganz unglücklich aus. What do you guys want? Keiner ist gone missing. Do you happen to know anything about it? I'm also troubled by it. I've no idea where you might find something in the house. Please, come take a look. Oh, warum muss ich da jetzt wieder hochgehen? Ich will nicht. Ich geh mal ganz kurz hier. Was bist du? Wrong house. Fuck. Ich muss erst hingehen. Niemand ist da. Damit dann jemand da ist. Damit ich wieder hochgehe. Perfekt. Das sind auf jeden Fall zufriedenstellende Sounds. Oh mein Gott. Wie trinkst du denn? Du realer Mann. Oh mein Gott. I did it. Wo ist der Mann hin? Warum ist der Mann weg und sein Bier liegt noch da? Oh nee, jetzt wird's gruselig langsam. Ich will nicht mehr. Okay, kein Ding. Ich geh nach oben. Hat das zugelebt. Der Spawn der Mann einfach. They were fighting again. They were yelling at each other and I can't sleep. Dad was mad about what mom made for dinner. I thought it tasted good. Again, I'm honestly getting tired. Dad was upset about mom buying a bag online. Why can't she reward herself once in a while? Today's my B-Day. And neither of my parents remember it. Ding, Alter, das ist ja wirklich depressing as fuck. Der absolute Raben, Alter. Jesus Christ. What? Okay, jetzt hab ich noch einen Schlüssel bekommen. Okay, wo ist der Schreibann mit dem Bier, Alter? Alles okay, Alter? Der hat sich einfach in die stillen Ecke gesetzt. Naja, okay, du, ähm. Ich geh dann mal, ja. War schön. Hier, willst du was zu essen? Ja, ich brauch das Hundefutter, bitte. Können wir das ein bisschen tauschen mit den Snacks? Okay. Thank you. Hey, by the way, I don't see your grandma around. You know where she went? Ähm, we don't have a grandma. Ähm, du gruselige kleine Frau hast gerade gesagt, es gibt keine Oma. Aber ich hab die Oma gesehen. So, jetzt haben wir das Hundefutter. Jetzt fahren wir wieder zurück. Bellum, die sind guter, ne? Ja! Oh, etwas ausgebuddelt. Thanks for the food. Was ist gerade passiert? Oh mein Gott, hat der Hund gerade ein Gesicht bekommen und hat mit mir geredet? In der strange chatbox, it says, Mizuki, don't forget to bring it. Akiko, I know. Kane, that park ride, don't be late. Jetzt müssen wir in den Park. Welchen Park können die meinen? Park. Wahrscheinlich den, Alter. Eins und eins zusammengezählt. Hervorragend kombiniert hab ich den. Da vorne kann ich mir ne Cola ziehen. Juhu! Ähm. Was ist denn das? Was soll denn das? Was ist denn jetzt los? Wo ist der Polizist hin? Das ist kein, kein guter Weg mehr, um langzugehen. Ich sag's, wie es ist, ab jetzt wird's gruselig, oder? Man läuft jetzt auf mich zu und macht... Das war gruselig. Danke dafür. Jetzt werde ich da reingeschubst, ne? Oh. Sind die tot? I had fainted and fell into the pond. Luckily, Funahashi rushed over and saved me from drowning. I couldn't save Takumi. And tonight, I couldn't save anyone once again. Muss ich jetzt sagen, bin ich nicht unbedingt glücklicher als vorher. So, das hat mich jetzt schon einfach depressed. Aber, das kann nicht das einzige Ende sein. Das muss auf jeden Fall ein Ende geben, wo man irgendwie auch, ähm, die Mädchen retten kann. Hat's euch gefallen? Lasst gerne einen Like da. Wir sehen uns das nächste Mal. Äh, ich muss jetzt erstmal ein bisschen weinen, glaube ich, Alter. Da. Da.